Ahoi Ladies und Gents, das spricht euer Kavalierpirat im Goat Simulator. Habe ich mir gerade aus einer Laune heraus einfach mal geholt? Ich schwöre, ich feiere die Musik so hart. Okay, wir können auf jeden Fall Harts wapseln. Nanu, sag doch mal was. Alter, what the fuck? Oh, yeah. Jump over an Obstacle. Oh yeah, das ist ja geil. Wow. Alter, was macht denn der Kopf da? Ist das scheiße. Oh ja. Weg mit Zaun. Ja. Melode. Keine Melode. Pfanne. Keine Pfanne. Wow. Bis hin. Oh. Kann man das Auto auch so wegschubsen? Boah. Hahaha. Was ist hier los? Kann man den wegkicken? Bam. Oh. 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 Uh. Bisschen mal für die. Oh. Hahaha. Schreit hier alles auf Lade. Hahaha. Hahaha. Nochmal. Nochmal. Hahaha. Jawohl. Hahaha. Nochmal. Hahaha. Mit vollem Dampf. Komm schon. Yeah. Hahaha. Whooo. Wahoo. Hahaha. 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 Ah. Hahaha. Alles klar. Was machst denn du da? Hahaha. Hahaha. Was ist da los? Wie ist das? Ja! Radale! Radale! Was ist mit dem los? Patientes Muskelversagen, oder was? Was ist los mit dir, Junge? Schade. Ist da auf der Kiste? Oh, ja, ich mach mit! Oh, komm schon! Geh ins Haus hier! Jawohl! Steht er nochmal auf? Jawohl! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Everybody do the flop! Blablabla! Ja, oh, ja... Entschuldigung! Ich mach einfach mit ihm mit. Macht einen schlanken Hals, ne? Hallo! Faceplant an der Laterne. Aber ein schönes Dekoté. So, einmal in den Arsch. Oh, was? Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Yeah, oh, was? Yeah, Fahrradfahrt, wuhu, wuhu. Jetzt ist es weg. Oh. Yeah! So. Oh. Oh. Ähm. Uh. 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 Lalalalalalalalalalalalalala. Hallo, ist das? Hallo. Oh. Oh yeah, er hat mich lieb. Und wieder zurückzutaten. Was ist los mit euch? Voll in die Klöße. Der Steckbekopf in der Wand. Machen wir hier nochmal ein bisschen Action. Okay, okay. Ähm. Oh shit. Komm, komm mal her, komm mal her. Yeah, yeah. Mach ich es dir schön warm. Ich hab da was für dich. Du bist doch so ein Renner. Du magst doch gerne rennen. Komm doch mal her. Ja? Kannst du mal hier drauf? Au, 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 au. Komm, komm. Du musst dir die Garage aufräumen. Uh, was ist das? Sieht gefährlich aus. Ich mag's. Hallo. Au. Wow. Michael Bay. Da muss ich mich erstmal hinlegen. Vor lauter Freude. Ja, hier war ein Shop. Cool. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Chips sind meine. Danke. Ah, dann doch das Fertiggericht vielleicht. Ja, Zigaretten. Rauchen ist schlecht für Gesundheit. Panik. Okay. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Ich will rutschen. Ich will rutschen. Kann man rutschen? Ich will rutschen. 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 Verdammt. Okay. Dann. Drei, zwei, eins. Go. Wee. Und dreifache Rettberger. Oder auch nicht. Ja, das ist für mich mein Freund. Ja, ich will rutschen. Wow. Yeah. Stun. Jump over car. Oh, kann man es beim Lkw auch? Vollgas! Auf der linken Seite gibt's weitere lustige Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal.